Nun ist es höchst charakteristisch, wie Meng Tse durch seine Dialektik den Gegner ad absurdum führt. Zwischen dem Weißsein eines weißen Pferdes und dem Weißsein eines weißen Menschen sei kein Unterschied zu machen. Ob etwa auch nicht zwischen dem Ältersein eines älteren Pferdes und dem Ältersein eines älteren Menschen? Und ferner, ob denn nun die Gerechtigkeit in dem Ältersein liege oder vielmehr in dem Umstande, dass man einen anderen als älteren behandelt? Kao Puhai erwidert, wenn es sich um meinen jüngeren Bruder handelt, den liebe ich. Wenn es sich jedoch um den jüngeren Bruder eines Mannes aus Zinn handelt, den liebe ich nicht. Mithin bin ich es, der dabei Wohlgefallen empfindet, und daher nenne ich die Menschenliebe innerlich. Hingegen einen älteren Mann unter den Leuten von Chu behandle ich als älteren und einen älteren unter den meinigen in gleicher Weise. Mithin ist es der Ältere, der dabei Wohlgefallen empfindet, und daher nenne ich die Gerechtigkeit äußerlich. Die Antwort des Meng Tse lautet, wenn ich mich an dem Braten eines Mannes aus Zinn labe, so unterscheidet sich das nicht von der Art, wie ich mich an meinem eigenen Braten labe. Da nun solche Dinge auch diese Eigentümlichkeit haben, sollte deshalb etwa der Appetit nach Braten ebenfalls etwas Äußerliches an sich haben? Die Lehre von der angeborenen Güte der menschlichen Natur bildet seither die Grundanschauung der chinesischen Ethik. Die Lehre von der angeborenen Güte der menschlichen Natur bildet seither die Grundanschauung der chinesischen Natur bildet.